Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fat Baby. Meine Damen und Herren, es gab ein dickes, fettes Update. Angeblich gibt es jetzt Panzer, Polizei und vieles mehr. Kurz zur Erklärung, bei Fat Baby muss dieses kleine Mini-Baby ganz viel fressen, damit es ein gigantisches Baby wird. Hier ein kurzer Clip, wie es abgehen kann. Oh, das ist gut. Das gefällt dem Baby. Entschuldigung. Ja, kein Grund, sonst zu schreien. So, ich muss jetzt hier allerdings erstmal ein bisschen fressen. Oh ja. Darum seht ihr es. Ich wiege gerade ungefähr 5 Kilo. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn ich jetzt gleich irgendwas Neues entdecke, sage ich euch sofort Bescheid. Ansonsten werde ich jetzt erstmal die ganze Zeit fressen, damit ich ordentlich fett werde und neuen Content freischalte. Ah, da unten... Au! Lass mich in Ruhe, Staubsauger-Roboter! Hä? Ich habe jetzt Feinde? A baby is rolling around and eating children's food. Das ist auf jeden Fall neu. Ah, guck mal, jetzt wird mir freigeschaltet. Den kann ich jetzt fressen. Ah ja, sehr gut. Ich bin auch schon ein bisschen fetter geworden. Da! Dich kann ich fressen! Oh Gott! Okay, jetzt kann ich dich... Ich will dich doch... Ja, ich habe ihn gefressen. Sehr gut. Alter, das war... Und jetzt sind auch die großen Menschen fressbar. Ah, das ist ja geil. Aber ich glaube, die haben so HP. Ich muss die praktisch erstmal... Erstmal KO'n mit meinem Schleim. Und dann kann ich die richtig schön fressen. Ganz ehrlich, ich bin nämlich jetzt schon ein bisschen dicker. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, 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 ja. Lass mich nicht... Warum kann... Habe ich dich gefressen? Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Oh, oh, das ist jetzt... Sag mal, was wollt ihr denn? Was das hier wegkommt? Genau, genau. Lasst mal Paletto hier schön essen. Ja, oh, Alter. Wie viel die... Öh, geben. Oh, ihr seid so lecker Schmecker in meinem Mund. Alter, wir... Oh, ja. Oh, jetzt wird es langsam richtig interessant. Weil wir jetzt schon den großen Müll fressen können. Aber was ich interessant finde ist... Man kann Sachen nicht mehr skillen. Oh, oh. Oh, wer... Was bist du jetzt für einer? Oh, Alter, der schlägt mich. Okay, hier spawnen die einfach. Oh, das ist nicht gut. Warum sind das plötzlich so viele? Aua, Alter, die schlagen... Die machen auch wirklich Schaden. Jungs, lasst mich mal in Ruhe. Schnell weg. Ich brauche nämlich unbedingt was zu essen. So, genau. Hier jetzt mal schön alles fressen. Sag mal, was soll... Ja, ja, ja. Und ich kann nicht euch... Oh, ja. Überrollen macht auch gut Damage. Oh, ja. Jetzt noch mal ein bisschen voll machen hier. Ja, ja. Oh, ja. Sehr gut. Firetrucks. Als ob... Junge, das... Das erinnert mich jetzt ein bisschen an... Ähm, hier. Wie heißt das? Hirschsimulator. Oh, warte mal. Oh, oh. Lass mich mal. Ah, hier ist auch das neue... Ja, ja. Hier ist jetzt auch die neue Stadt. Aua, Alter. Wie viel... Wie viel Schaden machen die? Baby, spring hier rüber. Genau. Weil wir müssen echt aufpassen. Als ob. Ich komme hier nicht durch. Okay, das Gute ist... Oh, der... Der spürt sich da selber an. Wenn ich hier bleibe an der Ecke... Oh, warte mal. Dich esse ich kurz. Oh, nee. Jetzt hat er da durchgefunden. Oh, ja. Guck mal. Guck mal, wie er sich da... Dann selber wehtut. Jetzt rolle ich da nochmal rein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Sehr gut. Boom. Schön destroyed. Nein, jetzt kommt auch noch der... Sag mal, jetzt hör doch mal auf hier. Ich muss hier raus. Ich... Vor allen Dingen, ich komme hier auch nicht mehr raus. Ich bin hier praktisch eingesperrt. Now edible. Ja, ich brauche... Ich muss halt die Autos... Ja, hier komme ich durch. Sehr gut. Komm. Oh, Gott. Ich wurde... Ich wurde weggeschlagen. Jetzt frisst das Auto. Oh, ja. Das tut mir jetzt, glaube ich, ganz gut. Die Autos gehen nicht. Aber wir kriegen aber auch HP dazu. Das ist wichtig. Oh, nein. Lasst mich. Oh, nein. Jetzt kommt die Polizei. Wollt ihr mich verarschen? Boah, die... Ja, die Bäume. Kann ich die Bäume schon essen? Ich weiß, die waren halt supergeil. Oh, ja. Junge. Ja, die Bäume. Lecker schmecker. Die Bäume sind halt so krass. Okay. Oh, Prestige Points. Als ob... Junge, es gibt jetzt hier so ein richtig dickes Ding. Das muss ich mir gleich mal in Ruhe angucken. Haha. Alter. Jetzt geht's ab. Das tut so gut, die Bäume zu fressen. So, die Polizei ist auch gerade nicht da. Das bedeutet, ich hab ein bisschen Zeit. Und bei mir kommt jetzt gerade die Polizei. Increase amount of max rolls. Flying into buildings or people will damage them. Ah, ja. Dieses Cannonball ist das. Laser Eyes. Laser Eyes. These cyber will shoot lasers out of your eyes. Oh, ja. Das find ich gut. Oh, oh. Ich werd attackiert. Jetzt ist natürlich die Frage... Oh, Alter. Die machen viel Schaden. Äh. Wie aktiviere ich diese Laser Eyes? Oh, Alter. Die machen 300 Schaden. Ich versteck mich mal kurz hier hinter. Ja, ja. Laser Eyes. Wie, warum kann ich sie denn nicht kaufen? Äh. This will restart the game. Ne, das möchte ich jetzt aber kurz mal nicht. Ah ja, warte mal. Wir haben die Puke. Ich werd mal die Polizei vollkotzen. Moin Jungs. Und über euch rollen. Ja, 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 ja. Schießt mal schön. So, die sind gleich fertig. Oh, ja. Ich würd sagen, wir rollen mal hier in die neue Stadt. Hier haben wir noch gar nichts. Oh, guck mal. Oh, so viele Autos. Oh. Haha. Guck mal. Aber jetzt hab ich schon angeblich zwei. Aber angeblich steht da null. Mann. Kann die Polizei nicht mich mal in Ruhe lassen? Yo. Die machen 5000 Schaden. Was? Oh, da kommt jetzt aber echt viel Polizei. Ich glaub, ich werd das mal machen. Prestige. Oh, jetzt bin ich wieder ein kleines Baby. Aber hab ich jetzt? Jawohl. Ich hab jetzt vier Prestigepunkte. Oh. Passiert mit mir? Ah, nee. Ich bin hier drin. Okay, chillig. So, jetzt kann ich diese Punkte wählen. Auf jeden Fall Laser-Eyes. Oh, geil. Cannonball ist, glaub ich, auch gut. Das, was uns gefehlt hat, war der Schaden. Dann lasst uns mal. Ich weiß halt nicht, ob 200 Schaden viel ist. Das Puken fand ich zu ungenau. Alter, wie weit man das skillen kann. Also, ich würd Laser-Guns. Ich würd das hier einmal kaufen. Ach, das kostet vier Punkte. Okay, dann ich skill mal in alles, was einen Punkt kostet. Ähm, skille ich mal alles rein. Okay, wir haben jetzt null. HP war jetzt nicht so das größte Problem. Okay. Okay, Middle-Mouse-Button. Ha, ha, ha. Alles klar. Jo, ich kann jetzt einfach mit Lasern schießen. Aus meinen Augen. Wir können auch ein bisschen länger rollen. Und dann müssen wir jetzt einfach und... Ah, guck mal. Es gibt sogar Prestige-Fett-Multiplier. Ich kann jetzt schneller wieder zunehmen. Weil ich, glaub ich, schon mehr Prestige-Punkte gesammelt hab. Damit halt das Hochleveln nicht mehr so lange dauert. Oh, dieser blöde... Ey, ich schwöre dir. Ich hab doch jetzt meine Augen. Wo ist er? Da. Bam. Ich glaub, ich hab den gerade pulverisiert. Oh, die Stadt sieht immer noch ein bisschen kaputt aus. Ah, jetzt kann ich wieder diese kleinen Leute fressen. Sehr gut. Und ich glaub, auch mit dem Laser wird's kein Problem sein, die am Anfang direkt wegzumachen. Wenn die in irgendeiner Weise Stress wollen. Wär sogar gut, wenn die Stress wollen, weil dann fress ich die einfach. Ja, da kommt einer. Hallo. Laser-Augen. Ja. Und gefressen. Oh, jetzt kann ich auch die essen. Ey, das ist ja mega geil. Vor allen Dingen, wie viel Schaden das macht. Ja. Perfekt. Zack. Weggemampft. Glaub ich zumindest. Bleiben Sie kurz stehen. Danke. Oh, krass. Damit kann ich sogar innerhalb von einer Sekunde ein Auto zerstören. Ey, dieser Laser. Den hätte ich sogar noch teilweise mehr skillen müssen. Ah ja, Autos. Und das... Oh ja. Buildings. Kann ich die zerstören? Einfach nur mit meinem Laser? Nee. Dazu brauche ich den Cannonball. Aua. Okay. Hat nicht so gut funktioniert. Bleiben wir vielleicht erst mal bei Bäumen. Oh, guck mal. Da ist jetzt wieder so ein Typ. Ja, ja. Perfekt. Boah, der Laser war so eine gute Investition. Es war am Anfang so ungenau, die ganzen Typen dann immer wegzumachen. So kann ich jetzt einfach den Laser nehmen. Zack. Und schon sind die kaputt. Zack. Ach, guck mal. Man kann damit aber auch direkt Gebäude zerstören. Gut, Tuno. Sag mal, was willst du denn jetzt noch? Danke. So, kann ich denn jetzt das Gebäude hier? Ja, es ist fast kaputt. Ach, guck mal hier. So, dich kann ich... Kann ich dich easy zerstören? Oh ja, ey. Dieser Laser. Der ist einfach so gut. Oh ja, die ganzen Autos. Ich muss mal wieder rauszoomen. Haben auch schon wieder Prestigepunkte gesammelt. Das ist ganz cool. Boah, wir sind so riesig. Guckt euch das mal an. Ich glaube, so riesig waren wir auch noch nie. Oh, hier sind so viele Autos. Oh, da kommen sie. Jawoll. Alter, so easy. Klar, die Polizei wird nochmal sehr interessant. Weil die haben schon echt viel Schaden gemacht. Wenn man das einfach mal vergleicht mit der Anfangsstadt. Alter, das ist so verrückt. Wir sind so gigantisch. Ah, da ist ein Polizist. Zack. Boah, ich könnte mir jetzt sechs Prestigepunkte holen, wenn ich mich resette. Warte mal, wenn ich jetzt hier reinfliege... Boah, Alter. Das macht nicht viel Sch... Oh, oh. Das Militär ist da. Ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. 5.000... Alter. Hä? Wer beschießt mich denn? Flugzeuge? Aua, sag mal. Wer beschießt mich? Ich bekomme hier nichts mit. Wo ist das Militär? Oben am Himmel ist es nicht. Doch, da hinten sehe ich jemanden. Alter. Die werden mein Ende sein. Das Militär ist ja übelst krass. Warte mal, ich schieße nochmal. Keine Chance. Die kriegen hunderter Schaden, aber haben doch so viel HP. Ich muss hier weg. Yo, immer für... Oh Gott. Warte mal. Prestige. Oh. Nice one. Ich musste das machen. Gegen das Militär, da sind wir noch viel zu schwach. Aber wir haben neun Prestigepunkte. Damit kann ich meine Laser-Eyes richtig hochballern. Aber nur gut, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge von Fat Baby. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns nochmal dem Militär stellen, dann lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut auch sehr gerne beim Kott-Bruder-Podcast vorbei. Ist ja der neue Podcast zusammen mit German Let's Play. Schaut auch gerne auf paluten.shop. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.